Ganz wichtig, oben am Trizeps, Fass ab, die Position ist hier, schon direkt am Gegner dran und jetzt gehe ich hier nach unten und dann wichtig, dass die Hand hier nach unten kommt und durch dieses Hand nach unten fällt er schon ganz leicht auf mich drauf und dann knie ich mich hier ab.